Die Brillenpinguine Fast schon wie im Hochsicherheitstrakt. Beim Anblick dieses Elektrozauns möchte man meinen, dass Brillenpinguine zu den gefährlichsten Tieren im Zoo gehören. Aber der Zaun soll nicht dafür sorgen, dass die Pinguine ausbrechen, sondern dass der Fuchs einbricht. Das ist nämlich erst im Frühjahr passiert. Wir hatten das Pech, dass in der Nacht hier dann ein Sturm war und dann Äste auf den Elektrozaun draufgefallen sind und dann halt nicht nur die erste, sondern die zweite Sicherung dann auch durchgegangen ist und damit dann das ganze Ding ausgeschaltet war und der Fuchs an dem Tag zufällig über den Zaun gehüpft ist und sich dann den ein oder anderen Pinguin geholt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist sehr, sehr gering, aber macht es natürlich nicht besser und war natürlich sehr tragisch für uns, für die Mitarbeiter und natürlich für die Pinguine. Drei Pinguinweibchen wurden in dieser Nacht vom Fuchs gerissen. Es war natürlich nicht schön anzusehen. Der hat mehrere Tiere getötet und da mussten wir natürlich nicht reagieren. Das Schlimmste war, dass wir ein frisches Baby hatten, fünf Tage altes Baby, gerade 20 Gramm schwer und die Mama war tot und der Vater alleine verbetet. Jetzt musste der sich drum kümmern. Wir haben selber nicht gewusst, wie der das schafft, ob der das schafft. Doch der jetzt alleinerziehende Pinguinvater kümmerte sich rührend um seinen Sohn Pasi. Der hat das Baby fleißig gefüttert, das Baby hat einen ganz guten Zuwachs gezeigt. Irgendwann mal hat er sich getraut vom Nest, dann ist er auch schwimmen gegangen. Ganz kurze Zeit hat er ihn alleine gelassen und dann wieder versorgt. Also hervorragend, vorbildlich. Zum Glück mussten die Pfleger sich hier nicht so intensiv um Vater und Sohn kümmern, denn es gab noch mehr Sorgenkinder bei den Brillenpinguinen. Der Fuchs hat an dem Tag nicht nur die Mama von Percy geholt, sondern auch mehrere Tiere und dadurch sind auch zwei Witwer übergeblieben. Und dann gab es halt eine Männerfreundschaft und das haben dann die Pfleger sich zu nutzen gemacht, als dann ein überzähliges Ei da war, das den unter zu jubeln. Auch hier zeigte sich schnell, bei den Pinguinen sind die Männer sehr gewissenhafte Väter. Erst brüteten die beiden das Ei aus und selbstverständlich kümmerten sie sich dann später auch um ihre gemeinsame Tochter Amy. Für uns auch zum ersten Mal, dass zwei Menschen ein Baby großgezogen haben, allerdings ist das nicht unüblich, weil bei Pinguinen übernimmt der Vater 60 Prozent mindestens der Kinderspflege und zwei Väter, umso besser. Da ist halt natürlich der Überlebenstrieb, die Erhaltung der Art, also dieser Familienzusammenhalt oder dieses Ausbrüten, das ist halt wirklich elementar in der Genetik der Tiere verbunden. Aber auch wenn die Pinguine hier instinktiv den Nachwuchs großgezogen haben, ihr Verhalten ist natürlich vorbildlich. Das sollte vielleicht bei uns Menschen auch viel mehr sein, dass egal, ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist, hauptsache man kann sich um die Jungtiere kümmern, bei uns um die Kinder, das ist unser höchstes Gut und das sollte bei uns genauso sein wie bei den Pinguinen. Mittlerweile sind die Witwer auch wieder auf der Suche nach Weibchen, denn bei den Brillenpinguinen zählt nur eines, Nachwuchszeugen. Auch bei den Jungpinguinen bahnt sich da was an. Und jetzt hat der Percy eine Freundin, die heißt Amy und wir hoffen, dass die auch in unserer Familie kommt. Übrigens, wenn Sie bei uns mal einen eher struppigen Brillenpinguin sehen, keine Sorge, der ist nicht krank, sondern nur in der Mauser. In regelmäßigen Abständen tauschen nämlich alle Vogelarten ihr Federkleid aus und dann sieht das so ausgerupft aus. Keine Panik, nach ein paar Wochen sieht auch ein Brillenpinguin schöner aus als vorher.